Ein Zinshaus ist besetzt von ein paar Banken, die Geschichte hinter ist euch wohl bekannt. Zum Räumer brach mir 1700 Mann, samt ein Panzer in dem wunderschönen Land. Das Gesetz, das ist doch unser Freund und Helfer, wo kamen wir denn ohne Regel hin? Wir brauchen keine Hausbesetzerbanken, die brave Leute verstehen wie die und mich, wie die und mich. Ach so, du hast gar kein Zinshaus? Ich bin ein Zinshaus. 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 Vielen Dank.